Willkommen in diesem Ford Focus ST. Einen Traum in Weiß mit Designbeklebung. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Wismann. Der Motor dieses ST ist Schadstoffarm Euro 5, somit grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß ist die Steuer gering. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und in Wagenfarbe lackiert. Dieser Designer ST ist nichts für Leute, die unauffällig fahren wollen. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Zu den 18 Zoll ST-Felgen gibt es noch einen reifen Reparaturset. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sportsitze vorn bieten extrem viel Seitenhalt und sind beidseitig beheizt. Fußmatten und Einstiegszierleisten gehören dazu. Zur Sicherheit stehen sechs Airbag, ABS und ESP parat. Das ESP ist sogar abschaltbar. Ebenso Nebellampen vorn und die heizbare Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Sony CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem Kracher in Weiß mit Blau werden Sie viel Spaß haben. Der neue EcoBoost-Motor ist erste Sahne und sparsam gleichsam. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Europaweit. Auf Wunsch erweiterbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und sehen Sie ihn sich an. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020